Androgi, Andrographis paniculata, der König der Bitterstoffe Andrographis paniculata ist ein Strauch, der in Indien, Sri Lanka und China beheimatet ist und im Ayurveda als Heilpflanze hochgeschätzt wird. Aufgrund seines hohen Bitterstoffgehalts ist er ein ausgezeichnetes Leberentgiftungsmittel. Ayurveda wird in die Gruppe der Mahatikta, der königlichen Bitterstoffe eingeordnet. Es unterstützt das Immunsystem und hilft bei der Bekämpfung akuter Infektionen. Aufgrund seiner antioxidativen, entzündungshemmenden, immunstärkenden, antimikrobiellen, fiebersenkenden, schmerzstillenden, antiviralen und wurmabtötenden Eigenschaften, wird er seit der Antike als Bestandteil vieler Heilmittel verwendet. Die spanische Grippe-Epidemie von 1918, die weltweit 50 Millionen Menschenleben forderte, wurde in Indien mithilfe eben dieser Pflanze erfolgreich bekämpft. Bei der Attacke auf das asiatische H1N1-Virus hat es ebenso gut funktioniert. In Indien wurde und wird es bei schweren Grippe-Epidemien häufig eingesetzt.